Sehen Sie das? Die hat mir der Führer persönlich gegeben. Als letzte Auszeichnung? Hitler hat sie mir bei der Verabschiedung überlassen. Er hat mir auch ein Versprechen abgenommen. Er ließ mich versprechen, dass ich mir im Augenblick der Gefangennahme durch die Russen das Leben nehme. Hitler hat Ihnen das Versprechen abgenommen, sich zu töten? Aber warum denn nur? Wahrscheinlich wollte er nicht, dass ich in eine Lage geriete, wo ich unter Zwang und Bedrohung etwas Ungünstiges über ihn aussage. Aber Sie sind Diplomat. Ihr Pass schützt Sie nach den international üblichen Regeln. Sie dürfen Ihr Versprechen unmöglich halten. Wem helfe Sie damit? Sie sind da! Nicht schießen, Kameraden! Die Kapitulation ist ausgesprochen. Der Krieg ist aus. Die Kapitulation ist aus.